So, Leute, wir haben noch ein paar Leute getroffen und die haben auch gesagt, dass das eine Hanseatenstadt ist, hier in Pernow. Ich habe sie gar nicht angeschrieben, so großartig. Jetzt reicht es ab. Ja, das reicht auch. So, jetzt haben wir gehört. Okay. Okay. In 200 Metern links abbiegen, aufs Oberbierkelder, dann rechts abbiegen. Jetzt links abbiegen. Ah, wie soll ich denn jetzt abbiegen? Was für Drogen? Ja, bitte. Guck mal. Jetzt links abbiegen. Warte. So, jetzt die Hübschigkeit hier. Okay. 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 I mean, okay. 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 Und, okay. Perfect. Okay. 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 2,7 Kilometer der Strasse 2,7 Kilometer der Strasse 2,7 Kilometer der Strasse 3,7 Kilometer der Strasse Das kann man ausrichten. Ach, der hat Holz. Oh, hier rechts ist er. Das ist egal. Das war dann im Schleichweg. Da haben wir erstmal den balkischen Staaten eine schöne Show geliefert. Und hier unser Auto. Wir haben uns zurückbekommen. Schönen Film. Das ist eine schöne Ausgabe. 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 200 kmW in eine große Themure. So ist ihre Umitsu 148. Das ist eine intense Ausgabe. und dann kann er nicht mehr besuchen. 4,6 km der Strasse vollkommen. 1, runterkommen. 3, runterkommen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020